Norddeutscher Rundfunk 2021 Mal schauen, was heute in der Glotze läuft. Ziemlich langweilig hier. Oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Platzrolle! Doch nicht so cool. Lieber schnell weg hier. Spiderman? Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Hm, was ist denn das da vorne? Schaut aus wie eine Hürde. Oh, cool. Oh nein, Zombie! Attacke! Manu, und jetzt, ganz schön bunt hier. Schöne Aussicht. Noch schönere Aussicht. Feuerball, ducken! Na gut, ich denke, ich habe hier alles gesehen. Mal sehen, was noch so alles auf mich wartet. Ich glaube, ich bin im Schlaraffenland. Tausend Gummibärchen. Hm. Waaah! Endlich zu Hause. Zu Hause ist es doch am schönsten. Ich bin ein. Ich bin ein. Untertitelung des ZDF, 2020